Lisa, ich muss dir was erzählen. Ja? Ähm, also du bist ja die einzige aus der Familie, die blonde Haare hat, gell? Ähm, weißt du warum das so ist? Du bist adoptiert. Also du hattest eigentlich andere Eltern und wir haben dich dann geholt. Nein! Doch, wirklich! Aber das ist nicht schlimm, du bist... Nein! Du bist adoptiert! Du bist adoptiert! Nein! Du bist adoptiert! Du bist adoptiert! Ja, das ist auch die Ertan.